Hallo Leute, heute möchte ich euch mein Rezept für Gänsekeulen verraten. Viel Spaß beim Zuschauen! Zuallererst nehmen wir die Gänsekeulen aus der Verpackung und dann müssen wir sie gründlich abwaschen. Und nachdem wir sie gewaschen haben, legen wir sie erstmal beiseite und fangen mit der Soße an. Zuallererst geben wir ein bisschen Öl in die Pfanne und darin braten wir dann unser Wurzelgemüse an. Für das Röstgemüse verwende ich Lauch, Sellerie, Möhren, Petersilienwurzel und Zwiebeln und als weiteres passen sehr gut dazu Orangen und Äpfel. Dann schneide ich das Gemüse erstmal in grobe Würfel, den Lauch, den geben wir erst später dazu, der würde sonst verbrennen. Sobald die Pfanne heiß ist, kommt alles rein und das Gemüse lassen wir jetzt richtig schön anbraten, dass wir schöne Röstaromen bekommen und dann kriegen wir nachher auch eine schöne leckere Soße. Solange das Gemüse brät, können wir schon mal den Lauch schneiden und auch den Apfel. So, das Gemüse hat jetzt ein bisschen Farbe angenommen. Jetzt kommt der Lauch und die Äpfel dazu und etwa einen Esslöffel Tomatenmark und die Gewürze. Dafür habe ich Lorbeerblatt, Wacholderbeere, Pfefferkörner und gerade für Gänse und Enten ist Beifuß, ein richtig leckeres Kraut. Das gibt dem Ganzen einen richtig schönen Geschmack. Und jetzt lasse ich das Ganze nochmal anbraten. Dann kommt noch der Saft von einer Orange dazu. Wenn ihr wollt, könnt ihr dafür auch Rotwein nehmen oder Rotwein und Orangensaft, je nach Geschmack, wie ihr wollt. Und auch das lassen wir jetzt nochmal schön anbraten, damit wir nachher eine schöne dunkle Soße bekommen. Dann geben wir noch ein bisschen Majoran dazu. Der passt auch sehr gut. Dann gießen wir das Ganze mit Wasser auf. Und dann würzen wir es noch mit Salz. Und dann ist die Grundlage für unsere Soße schon fertig. Die Soße geben wir dann in eine feuerfeste Form. Und darauf legen wir dann die Gänsekeulen. Und zwar mit der Hautseite in die Soße. Und von der Seite wird sie dann noch gewürzt. Da auch noch ein klein bisschen Beifuß drauf. Und so schieben wir sie jetzt in den Ofen und lassen sie erstmal garen. Und nachher, bevor wir sie servieren, drehen wir sie nochmal um und lassen sie richtig schön knusprig braten. So, die Ganns war jetzt für anderthalb Stunden im Ofen. Jetzt gucken wir sie uns mal an. Die sieht schon sehr schön aus, aber sie ist noch nicht fertig. Dann drehen sie jetzt mal um. Und jetzt geben wir sie bei der Grillfunktion nochmal in den Backofen bei etwa 200 Grad und dann geben wir ihr eine schöne Kruste. So, die Gänse waren jetzt noch 20 Minuten bei der Grillfunktion im Ofen. Die Gänse selber werden wir jetzt noch warm stellen und aus dem Rest machen wir uns eine leckere Soße. Den Fond packe ich mir jetzt auf den Sieb und dann drücke ich mir das Gemüse noch mit durch. Und dadurch bekommt die Soße auch gleich eine schöne sämige Bindung. Und ganz wichtig bei der Gänse Soße, da müssen wir das Fett noch abschöpfen, ansonsten haben wir nur Fett und das wäre dann nicht so lecker. Das Fett kann man allerdings sehr gut weiterverwenden, zum Beispiel für Rotkohl zum Ansatz oder aber für Gänseschmalz. Wenn ihr das mit Äpfel und Zwiebeln anmacht, dann habt ihr auch einen schönen Brotaufstrich. Um das Fett abzuschöpfen, nehmt da einfach eine normale Kelle und dann knapp über die Oberfläche am besten mit einer leichten Rührbewegung. Dann sammelt sich das Fett am Rand und dann könnt ihr das relativ einfach abschöpfen. So, die Soße hat jetzt noch einmal aufgekocht. Die ganze ist fertig. Falls die Soße euch noch ein bisschen zu dünn ist, dann könnt ihr die einfach mit ein bisschen Mondamin abbinden. Und dann habt ihr eine leckere Soße, leckeren Gänsebraten, da passt auch wunderbar Rotkohl, ein paar Klöße dazu. Und schon habt ihr ein schönes, leckeres Festtagsessen. In diesem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Natürlich kostenlos. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dahin, viel Spaß beim Kochen. Tschüss. Vielen Dank.